Wenn du dich entscheiden müsstest, Sonnenbrille oder Cap? Cap. Wie viele Sonnenbrillen besitzt du? Schwer zu zählen. Nehmen wir an, 20 oder so. Die ganzen Fake-Brillen aus Griechenland, hätte ich sie doch auch weggelassen. In welchem Moment legst du die Sonnenbrille und Cap lieber ab? Zu Hause. In der Öffentlichkeit trage ich sie und non-publical lege ich ab. Lieber einen goldenen Zahn von Bones oder eine Cap von Ruff besitzen? Wie ist das jetzt? Hat er den goldenen Zahn vorher getragen? Keine Ahnung. Dein Lieblingswort auf Sächsisch? Meiner. Hast du auch ein schwäbisches Lieblingswort? Das ist das Fetteste. Es sind drei, ne? Ne, nicht wirklich. Hallo, hier ist Fabian Hambüchen. Hallo, hier ist Wenderes. Wir sind Glasperlenspiel. Florian. David. Fitz. Wir sind bei Stuggi TV. Triff. Stuggi TV. Deine Stadt. Dein Sender. Er ist einer der Deutschrap-Durchstarter des Jahres 2017. Sein Markenzeichen? Cap und Sonnenbrille. Wer jetzt immer noch nicht weiß, von wem ich spreche, ich sag nur grauer Beton. Hallo und herzlich willkommen, Trettmann. Hallo. Trettmann, du machst nicht erst seit gestern Musik, sondern schon eine ganze Weile. Doch, dein Durchbruch kam erst so im letzten Jahr. Hast du damit noch gerechnet, dass du mal so bekannt wirst, wie du im Moment bist? Ja, gut. Ich hab kleine Brötchen gebacken. Insofern war mir der Erfolg in der Darn-Tal-Nische schon recht angenehm. Alles cool. Aber ich bin natürlich auch froh darüber, dass ich noch mehr Leute erreiche. Das ist gut. Und ja, Big Up an all die Supporter da draußen. Was würdest du sagen, sind denn die Vorteile daran, nicht so wie zum Beispiel ein Casting-Show-Teilnehmer von heute auf morgen Erfolg zu bekommen, sondern sich das Stück für Stück erarbeiten zu müssen? Ja, das Gute daran ist, dass es halt natürlich ist. Es ist natürlich gewachsen, eben von der Zeit, als man noch alles ganz allein gemacht hat. Dann trifft man irgendwann auf Leute. Es ergibt sich ein Team. Es ergänzt sich schön. Jeder hat seine Position, seine Arbeit. Und es kam halt nicht über Nacht, sondern es hat halt eine Dekade gedauert. Und das wiederum bedingt auch wiederum, dass ich damit ganz humble umgehen kann und damit auch klarkommen. Und ja, das fühlt sich gut an. Kann man den Erfolg dann nochmal anders genießen, wie so als junger 20-Jähriger, der plötzlich aufsteigt? Weiß ich nicht genau, weil ich hatte ja als 20-Jähriger keinen Erfolg. Aber ich glaube, dass es was vollkommen anderes ist, weil eben mit 20 Jahren bist du halt in deiner Sturm- und Drangzeit. Und ich bin jetzt ein bisschen reifer und gehe wahrscheinlich deswegen auch anders damit um. Du warst ja im letzten Jahr mit Ravka Mora und Bones auf Tour. Wie ist es so, was für ein Gefühl von kleineren Bühnen plötzlich auf große Bühnen vor 10.000 Menschen zu kommen? Hm, das ist schon krass. Aber man gewöhnt sich auch daran schnell. Wenn die Leute die Musik feiern, mitsingen und all das, dann ist eine 10.000er Crowd auch wie eine Familie. Und viele sagen, ja, es ist schwer, dann wieder zurückzugehen in die kleinen Clubs. Aber wir hatten jetzt auf der Tour auch schon wieder zwei Stationen, wo halt weniger sind. Und sagen, ich mag beides irgendwie. Wichtig ist halt, dass der Vibe stimmt. Dass man irgendwie connectet mit den Leuten. Und sobald das geschieht, ist es überall wie zu Hause. Kommen wir zu deinem Album. Dein Album heißt Hashtag DIY. Do it yourself, selber machen. Würdest du dich denn selbst als Machertyp beschreiben? Ja, glaube schon. Weil, wenn ich das nicht wäre, würde ich heute nicht hier sitzen und nicht da drüben in der Halle spielen. Ich bin ja nicht gecastet oder so. Sondern, wie ich schon sagte, DIY impliziert, dass man sich halt selbst hilft und selbst verwirklicht. Also machst du einfach so viel wie möglich selbst? So viel wie ich schaffe. Meine Talente sind aber auch limitiert. Insofern ist es gut, wenn du halt jemanden hast oder eben wie ich ein Team mit Kitschkrieg, Big Up an der Stelle, die quasi die anderen Aufgaben übernehmen. Weil das könnte ich nicht. Ich könnte nicht Video drehen, das Business selbst rulen und zudem noch, was weiß ich, die Beats bauen. Es gibt solche Multitalente, aber ich nicht. Also ohne Kitschkrieg wäre das gar nicht möglich für dich, so ein Erfolg im Moment, oder? Ich glaube nicht, nein. Weil das auch eine ganz besondere Symbiose ist, die ich war auch vorher in anderen Teams und habe mit anderen Leuten gearbeitet, halt so speziell ist, weil es sich halt wirklich getroffen hat und sich so schön ergänzt. Das ist aber auch so. Do it yourself auch, damit man ausschließen kann, dass die anderen Scheiße bauen? Die anderen? Wem meinst du damit? Die Major oder? Wenn du mehr Leute in deinem Team hast, die deine Musik produzieren und es dir nicht gefällt? Ja, na das geht ja nicht. Ich meine gut, es ist natürlich immer ein Kompromiss, sobald du in einem Team arbeitest irgendwie. Und das ist auch gut so, weil wie gesagt, die Talente so verschieden sind und jeder in seinem Gebiet halt besticht und dadurch eben genau das rauskommt. Wenn ich alleine arbeiten würde, wer weiß, wo ich wäre und was für eine Art für Musik ich machen würde. Und insofern geht es halt so weit, dass wir inzwischen sogar über die Texte, ich stelle die allen vor und wir sprechen darüber. Und wenn ich da irgendwie in eine falsche Richtung abbiege, dann bin ich auch cool genug, das einzugestehen und mich da beraten zu lassen. Und das macht es ja auch aus. Also never change a winning team heißt es ja so schön. Apropos alleine arbeiten. Du hast ja auf deinem Album auch Features, zum Beispiel mit Materia. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit? Ja, Martin. Ich feiere seine Musik sowieso und wir haben uns auf dem Frauenfeld letztes Jahr getroffen und da kam er zu mir und hat mich umarmt und meinte, hey, die Musik ist gut und so weiter und so fort und hat mir halt Props gegeben. Und ich habe gesagt, hey, wir befinden uns gerade in der Schlussphase zu DIY und wenn du Bock hast, machen wir noch schnell einen. Und das hat dann auch ganz spontan so ein, zwei Wochen später noch geklappt. Du bist ja in der DDR in einem Plattenbau aufgewachsen. Darüber singst du zum Beispiel auch in deinem Song Grauer Beton. Würdest du sagen, darüber zu singen ist eine Art Jugendverarbeitung? Also eine Verarbeitung schlechthin, nicht nur Jugend, sondern all das schwingt natürlich in meiner Person mit, weil das ist halt der Ort, wo ich herkomme und wie ich groß geworden bin, habe halt zwei Systeme erlebt. Insofern nicht nur Jugend, es ist halt eine Verarbeitung und ein Thema, was ich halt irgendwie einmal auch, keine Ahnung, ansprechen wollte. Ich denke heute noch auf Zurück an meine Straße, an die Alten und die Kids aus meiner Straße, aus der Platte, die aus meiner Etage, man hat uns vergessen, dort Anfang der 90er Jahre. Auch das Thema Wiedervereinigung beschäftigt dich noch, hast du erwähnt? Ich bin nicht. Ja. Hast du damit noch nicht ganz abgeschlossen? Also beschäftigt dich das immer noch die ganze Zeit? Ich glaube, es beschäftigt uns alle, weil die Spätfolgen all dessen spüren wir ja heute immer noch so. Und ja, genau, also das und zum anderen geht es ja auch um die Theorie der Gesellschaftsordnung, die man halt auch immer stetig, finde ich, hinterfragen und neu definieren sollte. Insofern, was wir alle tun sollten, ist aus der Geschichte lernen und die Geschichte nicht einfach zur Seite schieben und sagen so, Schluss jetzt damit, sondern das ist eigentlich das, was allen guttun wird. Oder der Menschheit an sich, wie ich glaube. Nach dem Mauerfall bist du ja in die Karibik geflogen und hast dort Urlaub gemacht. Warum Karibik? Sorry, habe ich schon öfter erzählt, aber erzähl sie nochmal. Genau, meine Freunde sind alle nach New York geflogen und haben da Sneaker und Schallplatten gekauft und all das. Hatte ich auch Bock, aber es war Winter und zu dem Zeitpunkt auch so kalt, dass man da den Schnee mit LKWs aus den Straßen raus transportiert hat. Und ich weiß nicht wer, aber irgendjemand hat bei mir zu Hause einen Katalog auf den Schreibtisch gelegt mit einer großen Schrift Jamaika. Eine Frau kam aus türkisgrünem Wasser heraus und irgendwie habe ich mich darauf eingeschossen und bin allein nach Jamaika geflogen. Das war der Grund. Mehr gab es dazu gar nicht. Also ich kannte schon hier und da mal Chakademus und Plyars oder Chapa Rungs oder Maxi Priest, aber hatte keine Vorstellung davon, was mich dort erwarten wird. Das heißt, welche Rolle spielt Jamaika in deiner musikalischen Laufbahn? Spielt es überhaupt eine Rolle? Ja, schon. Eine immense sogar, weil ich das erste Mal quasi zu einem Ursprungsort der Musik gefahren bin, die ich höre und zelebriere. Gut, ich habe vorher halt hauptsächlich Soul, Funk, R'n'B und Hip-Hop gehört, aber wenn du nach Jamaika fliegst, dann merkst du, dass das eh alles miteinander verwoben ist und sich halt Amerika und Karibik da auch gegenseitig beeinflussen. Und da Anzahl ist ja auch nur eine andere Spielart von Hip-Hop, möge man sagen, oder der kleine Bruder oder große Bruder, also wie man will. Insofern, ja, seitdem höre ich halt viel Reggae. Was steht als nächstes bei dir musikalisch an? DIY 2? DIY 2? Keine Ahnung, ich mache Features, gerade dies und das, arbeite mit Kitschkrieg an neuen Songs. Es wird auf jeden Fall weitergehen und ja, hoffen wir, dass es gut wird. Damit Dankeschön und danke, dass du gekommen bist und euch auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Stuggi TV. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.